Guck mal an Ossi! Oh, ist der süß! Sagen Sie mal, wenn Sie wirklich so anbekannt haben, das ist doch der Verhältnis. Was ist das? Was ist das für Text? Das verstehen wir doch nicht, Herr. Genosse Aukkfeld, ich meine, wir haben doch nur Russisch in der Schule, oder? Was ist das, was ist das? Das Haus ist... Ja, das ist die Birgit. Wir sind für gleichgeschlechtlichen Sex. Oh ja... Oh, ich kenn keine Rätsel. Gewaltverlaub! Wer hat noch einen Mann? Was brauchen Sie denn an Ihrem Beutel? Geht doch nicht mit meinem Beutel, junge Frau! Ja! Ist das die Agents? Ich bin auf der Flucht! Ausweiten! Ich freu' mich!